Hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geatobi und willkommen wieder zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Yo, hier sind wir jetzt stehen geblieben im Versteck von Orochimaru und wir haben jetzt gegen Sai gekämpft, jetzt er ist wieder an unserer Seite und musste auch gegen Kabuto kämpfen. Und jetzt versuchen wir zu Sasuke zu kommen und ihn wieder zurück zu kriegen, was aber Kabuto so gesehen gemeint hatte, dass es nicht funktionieren wird, weil er selber nach Wacht gesucht hat. Und dann hat er sich extra auf die Seite von Orochimaru geschlagen und dementsprechend ist es so verlaufen. Auch in der Serie fand ich das echt Hammer, das war in einer der geilsten Momenten, also diese Folgen, die ich richtig nice fand. War schon, ja, richtig Hammer, wie es da abging, wo sie sich dann hier wieder getroffen haben und das ging ganz schön heftig aus. Und dann sieht ihr auch Naruto natürlich, wie er sich verändert hat, weil Naruto war ja selber auch drei Jahre lang weg und Sasuke war ja selber ja auch in den Jahren hier bei Orochimaru und hat ja hier so gesehen gelernt und alles. Ein Band, ja. Ein Band zwischen denen. Sasuke Ushia. Oh ja, dafür hat er echt lange trainiert. Und das soll sich ja schließlich ja auch auszahlen, ne? Boah, 24 Stück. 20 Stück. Boah, da haben wir mal richtig, äh, ne Menge bekommen, da. Da haben wir richtig viel. Oh, drei Sachen wieder. Äh, Quatsch, fünf. Zweiche Krüge wieder. Hartnuss. Energienuss. Energiesamen. Oh man, was gibt's denn noch alles? Heilkraut, okay. Okanus. Okanus. Natürlich sind wir bereit. So, jetzt geht's los. Ach, diesen Moment habe ich auch schon gewartet im Spiel, dass das so weit kommt. Geil, geil, geil. Jetzt geht's los, Alter. Da ist er. Sasuke. Oh. Ich habe keine Angelegenheit für dich. Ich werde dich nicht zurückkehren. Wenn du nicht sehen kannst, wenn du nicht sehen kannst, dann... ... so... du bist für dich. Und du bist für mich. Du bist für dich und du bist. Ich bin der Fall, ich werde es sicher. Ich bin der Fall, oder? Ich bin der Fall, dass du dich nicht so gut anst. Was? Ich bin der Fall, dass du dich nicht so gut anst. Ich bin der Fall, der ich mich sehr stark anst. Ich habe nur ein Schöne, der ich für einen Schöne anbietern. Ich habe es nicht so, dass ich mich nicht verletze. Ich habe es nicht so, dass du mit einem Schöne anbietern. Ich habe es nicht so, dass du mit einem Schöne anbietern. Das war's für heute. Wir wollen unbedingt wieder zurück, Kawaii Konoha. Nein, wir sind natürlich noch nicht bereit, wie ich heute erst einsetzen und auch Verteidigung. Weil dieser Kampf wird jetzt schon ziemlich heftig und ja, lasst uns mal beginnen. Naruto vs. Sasuke. Das wird geil, das wird richtig cool. Einer der geilsten Momente, die geschehen worden sind. Und jetzt hier nochmal bei mir beginnt zwischen denen. Sieht so fett aus. Sasuke. Das sieht so aus. Okay, jetzt will er irgendwas einsetzen. Wow. Wow. Haha. Das ist das. Bam. Face punch. Ich bin in seiner Art so cool, wie der so immer auch cool macht. Das interessiert mich gar nicht, sowas. Der braucht ja nicht schon sowas. Zack. Na, kennst du schon Naruto vs. Rasigan? Das ist geil. Das ist geil. Wo die mal hier bei Broken Bond gekämpft hatten. Das war so Hammer. Alter. Das war ja auch so derbe. Das war ja auch so. Ja, das war ja auch so. Tom hat er seine Angst verabten. Tom hat dich alle dorts. Schon das zu können. Du bist du kept prim przest sparked. Und das war ja auch so. Auch das Ding. Oh Geilfaktor Wir haben uns lieb Ja Wir fühlen uns toll Schwul Nein Sie sind coole Helden Ja Boah Das war krass Mit voller Energie nochmal Da reingebratzte Schon ziemlich stark So das hätten wir geschafft Eine Glanzleistung Unterstützer 150.000 Störpunkte erreicht Ich habe ja früher Zwar das Maximum erreicht Aber naja Wenn man das Spiel nochmal neu beginnt und alles Es ist Es ist Es ist Es ist Es ist Das war's für mich, Sasuke. Wenn du dich in den Abwechslung bist, dann kannst du auch nicht gut gehen. Das ist ein ganzes Grund. Wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du die Abwechslung. Und wenn du die Abwechslung einst, dann kannst du die Abwechslung. Okay. Ich werde bald wieder mit dem Asitus移動. Wait, Sasuke! Naruto, ich habe schon gesagt, aber ich habe schon gesagt, dass ich nicht mehr von dir sein kann. Sasuke? Sasuke! Einfach weg. Oh, wir verschwinden so. Nein, sag sowas doch nicht. Es ging halt nicht anders. Na, Nartoy, hast du gesagt, Sasuke sagte zu mir, oder? Dass du, wie du es nicht verraten kannst, fühlst du dich, oder? Dass du dich nicht verraten kannst, oder? Dass du dich nicht verraten kannst, so fühlst du dich? Sai! Nein! Soll das nicht? Dann ist es noch nicht okay, oder? Ich kann noch nicht zurückkommen, Sasuke. Aber ich bin jetzt auch. Ich bin jetzt auch. Soll es sein? Danke. Das ist von hier. Sasuke war kein Problem. Und dann? Wir werden nicht verletzen! Nimm ist ein Problem, aber wenn wir sie mit ihnen kommen, dann geht es nicht. Das ist schon klar. Es gibt mehr Änderungen. Wenn diese Augen auf den Augen noch nie zu sein, dann können Sie keine Geheimnisse des Geheimnisse sein. Sie werden noch nicht gespürt, Aber das ist gut. Wenn Sie das größte, dann können Sie in den nächsten Spanien kommen. Wenn Sie uns in den nächsten Spanien kommen, dann können Sie uns riechen. Ich habe es auch gut. Ich habe es für mich. Das Wiedersehen Fertig Ja, wir haben jetzt Kapitel 2 So gesehen wie fertig Und mal guck mal, Kapitel 3 kommt Wegen Titel in der Videobeschreibung Mal gucken, mal gucken Neuer Charakter, jetzt nutzbar Kabuto Yakushi Neuer Charakter, jetzt nutzbar So, jetzt sind die beiden Fieslinge Auch mit im Charakterauswahl Ah Das war's geil Oh, jetzt bin ich Ich würde mich nur an den Iruka-Sensei wünschen. Ich glaube, du bist auch so. Das ist mein Geheimnis. Oh, wenn du immer noch so, dann kannst du mich auch immer noch ein Geheimnis. Hey, hey, du kannst mich auch auf meine Tascheien. Hehehe. Oh! Brief bekommen! Oh ja, die schmecken wirklich gut, die Nudeln da. Die sind richtig, richtig gut. Sakura, wo ist die denn? Ah, da. Oh ja, da, 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 da. Ah, ja. So, ja, jetzt gehen wir zur fünften Hokage. Aber davor werde ich jetzt mal einen Cut machen. Das war es jetzt mal von diesem Part, denn ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, kommentiert und bewertet, denn außerdem, ich würde mich drüber freuen und werde ein Teil der Community, falls es euch soweit gefallen hat oder meiner Wenigkeit oder auch meine anderen Projekte, je nachdem, würde mich echt freuen und ja, nicht vergessen zu kommentieren und gleich noch zu liken oder wenn ihr das schon getan habt. Danke nochmal dafür und euren Feedback und alles. Ja. Ich kann es nicht mehr so sein, dass Sasuke wieder zurückkehren. Sasuke ist sehr stark. Ich glaube, dass ich nur so stark sein kann. Ich habe immer schon gedacht, dass du dich stärker ist. Genau. Und wenn man die Arbeit macht, dann kann man mich übernehmen. Wie kann man sich übernehmen, Kakashi? Ich werde dir nur die größten Art. Ich werde nur die größten Art? Ja, genau. Ich habe auch schon gesagt, dass ich diese Frage habe, was ich wollte. Ich werde das? Hä, ich habe keine Kraft. Wenn ich etwas, wenn ich etwas, dann werde ich es machen. Das ist eine gute Antwort. Ich werde es in der Übersetzung machen. Wenn ich die準備. Wenn ich mich nicht so gut bin, dann kann ich es nicht so gut sein. Also, das ist das Wichtigste, aber ich muss mich auch mit einem Gehirn beschäftigen. In dem Moment... Ich muss mich und Sain zwei machen. Das ist das Wichtigste, dass es gut sein kann. Was ist das Wichtigste? Das ist alles gut, was du? Wir haben keine Arbeit gemacht. Wir müssen das gleiche machen. Insofern werden wir die Arbeit gemacht. Das ist gut. Okay. Dann gehen wir an den Kurs. Wir sind für Takashi. Okay! So Ja, jetzt wird es zwar nochmal gespeichert Aber ich speichere trotzdem nochmal hier Ja, wie schon gesagt Bewertet, kommentiert, es wäre echt cool Und ja, checkt nächstes Mal wieder bei mir rein Und ich würde mich freuen, Leute Also haut rein, bis zum nächsten Mal Euer Gertolz, ciao